US-Inflationszahlen bei 51%. Die Märkte haben darauf ziemlich bullisch reagiert. Heute sind ja Fettzahlen. SPF ist gefangen, genommen. Binance hatte eine Art Bankrun und Argentinien ist im Finale. Diese Themen besprechen wir heute hier in diesem recht kurzen Video. Herzlich Willkommen. Ich bin der Julian. Auf meinem Kanal geht es darum, dich gut dafür zu machen und ich habe mir gedacht, lass uns diese Themen einfach mal ganz kurz hier ein bisschen zusammenfassen. Also das allererstes. Wir haben es besprochen im Montagsübersichtsvideo. US-Inflationszahlen erwartet war 7,3%. Ich habe gesagt, wir könnten sogar unter 7% sehen. Bis dahin haben wir 7,1%. Also man merkt zur Zeit einen ganz klaren Trend. Es ist alles, was vor einem halben Jahr immer alles schlimmer war als erwartet, ist jetzt zur Zeit immer alles besser als erwartet. Führt auch zu den Kritikpunkten der Fett gegenüber, dass die Fett vielleicht ein bisschen zu überreagiert derzeit. Auch wenn ich nicht finde, dass das stimmt. Ich finde die Fett sollte ruhig einen strammen Kurs hier fahren zur Zeit. Dann musste ich den strammen Kurs aber auch wieder ziemlich aggressiv zurückziehen. Also das sicher so ein bisschen die Inflationszahlen. Es war ein bisschen dubios, dass sowohl die Gesamtmärkte als auch die Kryptomärkte ziemlich gepumpt haben, bevor die Zahlen offiziell rausgekommen sind. Da gab es so ein bisschen die Gerüchte, dass das Insider-Informationen waren oder nicht. Am Ende war das aber so ein typisch, und das haben wir besprochen, Pump and Dump sowohl an den Gesamtmärkten als auch an den Kryptomärkten. Die Volatilität ist einfach unglaublich enorm. Gesamtmärkte sind 3% drauf, Krypto sogar noch viel mehr, 6-7% drauf. Hat sich danach aber wieder deutlich beruhigt. Die Märkte sind ja ziemlich runtergekommen. Was ja auch zu erwarten war. Ich meine, die Inflationszahlen, ja, 7,1% ist jetzt definitiv besser als erwartet, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt sagst, wow, alles Probleme liegen hinter uns. So ist es ja nicht. Also von dem her, diese Volatilität werden wir weiter sehen. Das bringt uns gleich zum nächsten Thema. Heute fährt, was ist denn mit dem Scheibenwischer heute los? Erkennt der irgendwie nicht, dass es regnet. Heute fährt 50 Basispunkte sind erwartet an Zinserhöhung. Ich, also ganz ehrlich, mich würde alles andere überraschen als 50 Basispunkte. Der Knackpunkt hier und da wird am Ende, also der Ton macht die Musik und das wird hier der Punkt sein, denn es wird darum gehen, zwischen den Zeilen zu lesen. Wieder mal. Genauso haben wir ja letztes Monat auch besprochen. Die Frage wird einfach sein, was wird hier J-Pow ein bisschen durchsickern lassen? Wird er weiterhin aggressiv sein? Sieht er, dass wir irgendwie das Ende jetzt gesehen haben von all dem? Lassen die von gestern die Inflationszahlen schon einfließen heute? Und, und, und. Das sind natürlich alles so ein bisschen Punkte, die man hier dann spannend ein bisschen sehen wird. Und wiederum, ich glaube, es wird genauso volatil heute. Ich würde vorsichtig sein, diese Dinge zu traden, sondern hier einfach auf der Seitenauslinie sein und einfach ein bisschen abwarten. Genau, was war sonst gestern? SBF endlich in Custody, untersuchungshaft. Er hat kein Bail bekommen, also er darf nicht auf Kaution raus. Meiner Ansicht nach auch vollkommen gerechtfertigt. Es gibt natürlich einige Leute, die sagen, ja, das war natürlich schon ein bisschen zufällig, dass es genau bei dem US-Congress-Hearing dann, also davor basiert ist, denn es war ja dieses Congress-Hearing zu FTX, absolute Clown-Show. Man sich einfach mal anzuschauen, wie diese alten, grauen Herren dort drinnen nicht mal Dogecoin aussprechen können, über Doggycoin und was weiß ich was diskutieren. Merken wir einfach, die haben einfach überhaupt keine Ahnung. Und diese Leute, ja, setzen die Regeln in den USA fest. Da greift man sich auch einfach ein bisschen an den Kopf. Und es wird einfach wichtig sein, dass die verstehen, dass nur weil FTX hier absolut fraudulent gearbeitet hat, dass es überhaupt nichts für Krypto heißt, das heißt nichts für andere Firmen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, denn da kann es natürlich gefährlich sein, dass hier dann eine Überregulation in den USA kommt. Zurzeit die USA eine Unterregulation, das ist ja wirklich das Hauptproblem in den USA, das verstehen die Leute nur nicht. Deshalb greifen mir irgendwelche anderen Gesetze und es gibt keine wirklich gute Krypto-Regulation. Und die Angst ist halt, dass wenn diese Krypto-Regulation kommt, dass es dann zu einer Überregulation kommt. Der andere Punkt, Binance kam ziemlich ins Kreuzfeuer, meiner Ansicht nach war das so ein bisschen so ein Payback, Pushback von ganz vielen, die halt irgendwie sonst an FTX geglaubt haben und da jetzt irgendwie meiner Ansicht nach fälschlicherweise ihren Frust an CC auslassen. Es gab dann fast zu einer Milliarde Withdrawals am Tag. Ich habe auch gepostet, hey, wenn du da Angst hast, wenn du irgendwie unsicher bist, heb deine Funds ab und geh zu einem anderen Exchange oder halt die dabei selber und fertig. Es hat sich jetzt zur Zeit mal umgedreht, also zur Zeit sieht man eher wieder Net Inflows. Gut, es waren ein paar Sachen, die sind schon komisch gewesen. Also die Audits, wie gesagt, wir müssen bei uns in der Firma auch einen Audit machen. Also bei uns sieht das ein bisschen anders aus. Wir, Proof of Reserves, ich meine, das könnte man auch besser machen. Wir werden das bei uns in der Firma genauso veröffentlichen und bei uns sieht das einfach nochmal deutlich professioneller aus. Das müsst ihr dann selber sehen. Also waren schon ein paar Dinge, wo du denkst, so die weltweit größte Tauschbörse könnte das eigentlich schon irgendwie noch besser machen. Müsste man nicht so machen, wie die das machen. Aber gut, glaube ich jetzt, dass Binance die Funds nicht hat? Nee, ich glaube schon. Ich will aber dazu sagen, weder ich noch unsere Firma hat irgendwelche materiell essentiellen Funds irgendwie auf den Tauschbörsen drauf. Also will ich da dazu sagen. Genau. Trotzdem, also ich meine, wenn Binance hier Probleme hat, dann hat der ganze Kryptomark wirklich ein Problem. Okay. Ja, so sieht es da ein bisschen aus. Ansonsten, Argentinien im Finale. Lass mich mal wissen, was du davon denkst. Macht es jetzt Messi zum weltbesten Spieler aller Zeiten? Sagen natürlich einige. Keine Ahnung. Schauen wir mal, wer da die Meisterschaft gewinnt? Vielleicht. Absolut spannend. Und heute dann Marokko, Frankreich. Da wird es natürlich auch ein bisschen einen Culture Clash auch geben. Es sind natürlich auch einige der ganzen sozialen Spannungen, die in diesem Spiel sich widerspiegeln, was Frankreich und Marokko natürlich angeht. Wird spannend. Also von dem her viel, viel, viel das abgeht. Und ich komme gerade von meinem jährlichen Gesundheitscheck. Drücken sich ja leider immer wieder die Leute davor. Kann ich absolut raten, das nicht irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen. Ganz im Gegenteil. Ich weiß, die Leute schauen gerne die Charts an. Aber das, was du dir wirklich anschauen solltest, sind deine Blutwerte. Das sind deine ganzen Gesundheitsfakten. Und ich glaube, ja, vor allem Männer haben Angst vor dem Finger. Und aus dem Grund gehen die dann nicht zum Check-up. Ja. Fälschlicherweise. Also, so sieht es aus. Ich fahre jetzt ins Office und hatte echt einige Soldaten-Checks hier. Röterschall, MI, Blut, alles durch die Bank. Gut so. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Zumindest fühle ich mich so. Aber das Ding ist immer, fühlen und sein, das ist in der Medizin doch immer ein bisschen ein Unterschied. Und da muss man natürlich abwägen, wie viel zählen die darunterliegenden Fakten. Und wie viel ist einfach nur das Gefühl. Denn du kannst dich natürlich nicht gut fühlen, aber eigentlich passt alles. Und dann kannst du dich natürlich gut fühlen, aber es passt nichts. Oder es passt wenig. So sieht es aus. Also, heute Abend, langes YouTube-Live dann, werden wir einige Sachen ein bisschen im Detail besprechen. Ich hoffe, du bist da auch dabei. Und dann sehen wir uns dort. Mit dem, ich wünsche liebe Grüße, einen super Start in den Tag. Mach's gut, bis später, dein Julian. Tschüss.